Baue Metall bei Camp Cod ab. Leider könnt ihr es nicht machen wie in den alten Seasons, da ja Gruppenkeile abgeändert wurde. Landet am besten in Solo da bei Camp Cod oben beim Gebäude, tragt die Solarpaneele ab und die Zäune und automatisch habt ihr die Aufgabe erledigt. Während ihr da das Metallabtrag versucht so oft wie möglich die Schwachstellen zu treffen, automatisch farmt ihr damit auch noch weitere XP, da eine weitere Aufgabe lautet Triff Schwachstall.